Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und unkompliziert ein Nutzerkonto bei Bet at Home anlegt, wie einfach man Geld aufs Konto einzahlt und eine erste Wette platziert. Über unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net gelangt ihr ganz einfach und ohne Umwege auf den Internetauftritt des jeweiligen Wettanbieters, in unserem Fall heute also auf die Startseite von Bet at Home. Die Anlage eines eigenen Nutzerkontos verläuft sehr schnell und simpel. Klickt einfach auf den Button Jetzt registrieren, der euch auf der Startseite oben rechts angezeigt wird und beginnt mit dem Anmeldevorgang. In dem sich nun öffnenden Formular gebt ihr unter anderem eure persönlichen Daten, wie zum Beispiel eure Adresse oder euer Geburtsdatum an, wählt ein Passwort aus und schließt den Anmeldevorgang durch Akzeptieren der AGB ab. Ja, soweit so gut. Euer Kundenkonto ist nun auch schon erstellt, aber um die erste Wette platzieren zu können, benötigt ihr natürlich noch ein Guthaben auf eurem Konto. Deshalb gehen wir durch Klicken des folgenden Buttons direkt zum nächsten Schritt über und kümmern uns um das erstmalige Aufladen unseres Kontos. Für die Einzahlung steht euch eine große Palette unterschiedlichster Zahlungsdienstleister zur Verfügung, die ihr nun hier auswählen könnt. Sehr schön ist dabei die Anzeige, ob der von euch eingezahlte Betrag direkt zur Verfügung steht oder ob eine Wartezeit, wie beispielsweise bei der Banküberweisung, besteht. Außerdem erkennt ihr auf den ersten Blick, ob zusätzliche Einzahlungsgebühren anfallen und wie hoch der Mindesteinzahlungsbetrag in Abhängigkeit von der gewählten Zahlungsmethode ist. Ich entscheide mich jetzt für die Variante Paypal und zahle 10 Euro auf das gerade eben eröffnete Konto ein. Nach erfolgreicher Eingabe unserer Paypal-Daten steht uns unser Guthaben sofort zur Verfügung und wir können mit dem erstmaligen Platzieren einer Wette beginnen. Dazu wechseln wir zunächst zurück auf die Startseite und halten Ausschau nach einer interessanten Sportwette. Zurück auf der Startseite klicken wir in der oberen Menüleiste auf die Kategorie Sport, um in den Bereich der Sportwetten zu gelangen. Die Kategorieleiste auf der linken Seite listet uns verschiedene Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Tennis, Eishockey, Handball und viele mehr auf und wir können uns Wetten sortiert nach diesen einzelnen Sportarten anzeigen lassen. Da ich persönlich mich im Fußball ganz gut auskenne, wähle ich zunächst diese Kategorie und lassen mir die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Wochenende anzeigen. Mir werden nun alle Spiele der ersten Fußball-Bundesliga des kommenden Wochenendes angezeigt und ich habe die Möglichkeit mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier oben FC Augsburg gegen Hamburger SV. Hier habe ich die Möglichkeit auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder auf einen Auswärtssieg zu wetten. Daneben stehen jedoch noch zahlreiche Zusatzwetten zur Verfügung, die man sich über einen Klick auf die kleine Zahl am Ende jeder Paarung anzeigen lassen kann. Ich entscheide mich jetzt jedoch für einen Heimsieg des FC Augsburg. Auf der rechten Seite wird nun direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine gerade ausgewählte Partie Augsburg gegen Hamburg. Außerdem habe ich hier die Möglichkeit den Wetteinsatz festzulegen, zum Beispiel 2 Euro und unterschiedliche Wettarten wie zum Beispiel die Einzelwette, die Kombiwette oder die Systemwette auszuwählen. Durch Klicken des Buttons Weiter kann ich meinen Wettschein dann abgeben, was ich noch bestätigen muss und es dauert nicht mal eine Sekunde und mir wird angezeigt, dass die Wette angenommen wurde. Wie ihr seht, es ist kinderleicht eine Wette bei Bet at Home zu platzieren. Daneben werden aber nicht nur klassische Sportwetten angeboten, sondern zum Beispiel auch Live-Wetten, einen Casino-Bereich und sogar einen Casino-Bereich mit Live-Dealern. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten bei Bet at Home gewinnen können. Wenn ihr den Anbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie auf das Logo im Bild, um zum Wettanbieter zu kommen.